Musik Für mich als Coast ist wichtig, dass der Mittelpunkt des Tieres und der Mensch steht und dass wir einfach unsere Ressourcen, die wir haben, fair abdecken und auch dementsprechend fair umgehen. Das heißt nicht nur, dass Tier aus Rücken und Filet sind, sondern wirklich das ganze Tier verwerten und auch wertschätzen. Musik Musik Die Wertschätzung Tier, Natur, ist für uns als Koch wichtig und als Köche, dass wir uns in dem Bereich komplett absichern und zelebrieren können. Musik Tiere sind sowas Wertvolles und Fleisch ist sowas Wertvolles. Und es war heute wunderbar, mal zu zeigen, dass man das ganze Tier verwerten kann, dass man auch achtsam ist mit den Fleischteilen, die man nicht so oft verarbeitet, wie zum Beispiel Innereien. Und wenn man den Leuten eine Brücke baut, wie sie auch solche Sachen verarbeiten und essen können und genießen können, ja dann können wir ganz schön viel, viel erreichen in der Welt. Musik 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 Musik